Das ist der realistischste Zauberstab, den man sich aktuell kaufen kann. Ja, er lässt sich mit einer App verbinden. Und ich bin gerade bei Oliwanda und muss jetzt meinen Zauberstab kennenlernen. Give it a wave. Oh, es ist so geil, wie der blau wird einfach. Ich wave ihn einfach mal ein bisschen. Avada Kedabra. Ist ausgegangen. Hab ich ihn genug gewählt? Warum funktionierst du nicht? Okay, es hat doch geklappt. Wir können uns unseren ersten Zauerspruch lernen. Wir machen mal gleich Lumos. Hier steht genau, was ich machen muss. Ich probiere es mal aus. Lumos. 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 Für so ein schlechter Zauberer. Oh mein Gott, es hat funktioniert. Da ist die Spitze. Ich bin einfach so verkackt. Welchen Spell soll ich als nächstes lernen?